So, das war jetzt, äh, ob jetzt eine total dumme Tat von mir. Ich bin jetzt nämlich ziemlich genau einmal im Kreis gelaufen, das war ein bisschen dämlich. Nein, 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 geh auch nicht hier raus. Ähm, ja, und jetzt kann ich das Ganze nochmal machen. Denn wenn ich zu diesem komischen Typen wollte, also dem, dem, dem Wächter, dann war ich doch da eigentlich schon ganz richtig. Ich hätte gar nicht fliehen brauchen, ich hätte einfach die Treppe hochgehen müssen. Na ja, Gott, nochmal. Naja, gut, das, äh, tut mir leid, aber ihr habt ja auch nicht so viel davon gesehen. Da kommt der nächste Ausgang. Ja, lass mich raten, das ist wieder der Falsche. Ja, genau, der erste und der Falsche. Und los geht's. Für mich zumindest. Ich frage es mal, da ist noch irgendwas zu erledigen. Hoti und Mutti haben wir getrennt. Äh, äh, ich wüsste gerade nichts. Da kommt der nächste Ausgang. Naja, sei es drum. Wird sich noch irgendwas finden. Dann mal hier raus. Hier, schöne Schlipper gezeigt. Und hoch mit uns. Na, komm, geh raus. Ja, ganz recht. Mein Gott, du läufst etwas zu langsam, ganz ehrlich. So, hier lang. Aber irgendwie hat dieser harteste abgehackte G-Stil auch was. Aber seien wir mal ehrlich, das ist ja eben auch, äh, eine Low-Budget-Produktion. Ich glaube, hier war der drinnen. Ja, und da sehen wir auch schon den großen, goldenen Schlüssel. Ich nehme mal stark an, dass es der General-Schlüssel ist. Ähm, pff, gehen wir nochmal mit ihm. Der einfachste Weg ist ja hier meistens der, der Richtige. Ich störe ja nur ungern, aber... Zumindest kein Falscher. Fass dich kurz. Das finde ich das Geile an diesem Spiel übrigens. Es gibt praktisch überhaupt keine falschen Wege. Es gibt nur dumme Dialoge, die dann, äh, da sind. Oder die es irgendwie gibt. Also lustige Dialoge, ganz genau genommen. Äh, ja. Das finde ich ganz praktisch. Äh, ich bin nicht der Neue. Hä? Ich bin nicht der Neue. Ach ja? Und wer bist du dann? Äh, wein, Schatz, bin natürlich doch der Neue. Nein. Um ehrlich zu sein, bin ich eine entlaufende Irre. Äh, ich bin jemand, ich grüße mich einfach. Schon mal was von Thor, Gottes, du hast gehört. Ja, um es durch euch zu beweisen, hier, um ehrlich zu sein, bin ich eine entlaufende Irre. Das wäre natürlich, wenn man wirklich fliehen würde, totaler, äh, Schwachse, das zu erzählen. Aber in diesem Spiel, na komm. Um ehrlich zu sein, bin ich eine entlaufende Irre. Entlaufende Irre. Ja, ja. Hör mal, Neuer. Wenn du nur zum Herumblödeln gekommen bist, kannst du auch genauso gut wieder gehen. Tja, wie gesagt, hier kann man nicht viel falsch machen. Gut, reden wir nochmal mit dir. Ich störe ja nur ungern, aber... Fass dich kurz. Ähm, ist das da der Generalschlüssel? Ist das da der Generalschlüssel? Und ob. Und mit dem bekommt man alle Türen hier auf? Alle bis auf eine, ja. Alle bis auf eine? Warte mal. Kann ich das alles, wie bei mir kommen soll wahrscheinlich? Okay, welche Türen bekommt man denn nicht damit auf? Welche Tür bekommt man denn damit nicht auf? Es gibt da diesen einen Raum im zweiten Stock. Der Doktor hält ihn immer verschlossen. Ach, genau. Und den Schlüssel bewahrt er oben in seinem Büro. Einmal am Tag jedoch, immer zur gleichen Stunde, öffnet er den Raum und schließt sich selbst darin ein. Wir wissen nicht, was Dr. Marcel darin aufbewahrt oder was er dort tut. Aber Stiesel schwört, dass er einmal Geräusche aus dem Raum kommen gehört hat. Ein Schluchzen oder Wimmern. Gerade als der Doktor drinnen war. Unheimlich, nicht wahr? Ja, unheimlich. Ich... Ich hab eine Gänsehaut. Okay, na gut, zurück zum Generalschlüssel. Zurück zum Generalschlüssel? Was denn noch? Ja, äh, kann ich ihn haben? Ich hab meinen verlegt. Kann ich ihn haben? Ich hab meinen verlegt. Guter Witz. Als würde Dr. Marcel dir einen eigenen Generalschlüssel anvertrauen. Dieser Generalschlüssel ist das wichtigste Objekt im ganzen Haus. Nicht einmal Hulgur hat einen eigenen. Ja, aber der blödeste mit dem Frack steht. Und einen Noob wie dir gebe ich ihn bestimmt nicht. Okay, dann nochmal zum Generalschlüssel. Zurück zum Generalschlüssel? Was? Ja, ja. Äh, kann ich ihn haben? Dr. Marcel sagt, ich soll ihn bekommen. Kann ich ihn haben? Dr. Marcel sagt, ich soll ihn bekommen. Ich glaube kein Wort. Der Doktor würde den Schlüssel niemals jemand anderem anvertrauen. Und dir schon gar nicht. Hm. Hm, vielleicht war er ein anderer Weg. Zurück zum Generalschlüssel? Nicht trotzdem mal die Gesprächsabteilung rauskriegen. Was denn noch? Ähm, kann ich ihn haben? Ich komme sonst nicht hier raus. Kann ich ihn haben? Ich komme sonst nicht hier raus. Bist du jetzt bekloppt? Erstens ist es nicht erlaubt, die Anstalt zur Arbeitszeit zu verlassen. Zweitens ist die Eingangstür nie verschlossen. Nur die Hintertür. Also kann man jederzeit zur Eingangstür rausmarschieren? Klar! Es sei denn, du bist einer von den Irren. Wir müssen also wahrscheinlich natürlich die Hintertür rausgehen. Wo auch immer die genau war. Ähm, ach, wahrscheinlich einfach diesen goldenen Schlüssel nehme ich mal an. Denn in der Vortür haben wir jedes Mal gesehen von dem Wächter. Das haben wir ja schon zu genügend ausgetestet. Noch mal zum Generalschlüssel übrigens. Zurück zum... Ja, ja, was dann noch? Ähm, was hat man alles schon? Na gut. Na egal, ich will ihn gar nicht. Umgekehrte Psychologie. Egal. Ich will ihn gar nicht. Du kriegst ihn auch nicht. Noch was? Ja, ja, was guckst du denn da? Was guckst du da? Ich gucke den Bekloppten zu. Eigentlich sehe ich ja lieber fern. Aber irgendwie ist schon wieder was mit der Antenne. Schande auf diese unzuverlässigen Antennen. Äh, so schlimm ist das auch wieder nicht. Die Hirnis sind ganz unterhaltsam. Nur, dass man langsam selbst bekloppt wird. Wenn man zu lange auf diese Monitore starrt, beginnt man Buchstaben darin zu sehen. Was guckst du da? Ich gucke den Bekloppten zu. Blablabla. Ähm, gut. Hast du etwa das ganze Wasser getrunken? Wahrscheinlich das ganze Wasser hier in diesem Tank. Hast du etwa das ganze Wasser getrunken? Erinnere mich nicht daran. Ich müsste eigentlich längst aufs Klo. Aber ich soll meinen Posten nicht verlassen. Als wenn bei den Irren jemals irgendetwas passieren würde. Die Einstehende, die dreht mit dir. Gott sei Dank, wenn ich was das anbetrifft sehr strapazierfähig. Man nennt mich nicht umsonst Blase. Man nennt dich Blase? Oh Gott, das will... Wir müssen dich also irgendwie aufs Klo locken scheinbar. Geh doch einfach. Ich passe lange auf. Geh doch einfach. Ich passe so lange auf. Hey! Das hier ist eine verantwortungsvolle Aufgabe. Krächste. Es geht nicht darum, einfach nur rumzusitzen und die Zeit totzuschlagen. Das hätte ich auch nie gedacht. Ähm, na gut. Und wow, das ganze Wasser? Wow! Das ganze Wasser? Oh, erinnere mich nicht daran. Bitte. Oh doch, das werde ich. Ähm, so lange zurückzuhalten ist ungesund. So lange zurückzuhalten ist ungesund? Ich halte das schon aus. Man nennt mich nicht umsonst Blase. Dein Blasenvolumen muss monströs sein. Tja, ich bin als Kind in den Kessel gefallen. Okay. Du meinst in den Kessel mit Zaubertrank? Nein. Einfach nur in den Kessel. Stimmt. Das erklärt nicht alles. Er ist als Kind in den Kessel gefallen. Deswegen hat er eine große Blase. Völlig klar. Total logisch. Na gut. Äh, apropos Wasser. Apropos Wasser. Ähm, oh mein Gott. Jetzt geht's aber los. Ich war in den Ferien am Pazifik. Wusstest du, dass sie auf dem Mars Spuren Wasser entdeckt haben? Ähm, ich habe gehört, es soll Regen geben. Wenn ihr erst mal alles schön rein nachkommt. Ich war in den Ferien am Pazifik. Endlich auf, über Wasser zu reden. Oft stand ich stundenlang am Ozean. Ja, und es plätscherte dahin. Bett. Und das Meer rauschte. Und die Wellen wuppten hin und zurück. Komm, geh auf. Hin. Und her. Und zurück. Ach, schade. Arkel. Wusch. Auf. Ist das schön. Wusch. Das muss ich auch mal in der Realität ausprobieren, falls irgendjemand dringend aus dem Klo muss. Herrlich. Ähm, wusstest du, dass sie auf dem Mars Spuren von Wasser gefunden haben? Wusstest du, dass sie auf dem Mars Spuren von Wasser gefunden haben? Endlich auf, über Wasser zu reden. Furchen von Rinsalen, die jahrzehntelang das Gestein umspült haben. Oh, stopp. Ganze Bäche soll es da gegeben haben. Ja. Reißende Ströme, die hektoliterweise Wassermassen durch enge Schluchten gepresst haben. Gleich ist es soweit. Gleich bring ich dich um. Ja, wenn du aufstehst, musst du wahrscheinlich pinkeln. Na gut. Ich habe gehört, es soll Regen geben. Ich habe gehört, es soll Regen geben. Hör endlich auf, über Wasser zu reden. Schön. Ja, im Ernst. Es soll ein richtiger Wolkenbruch werden. Stopp. Bitte. Ja, die Wolkengrüder ist kaum noch halten. Aber dann soll es richtig gießen. In Strömen. Ich bring dich um. Schwöre. Bring dich um. Schön. Ein wahrer Sturzbach wird da auf uns niederprasseln. Herrlich. Plitsch. Platsch. Warum tust du mir das an? Ach, das ist herrlich. Ähm, na gut. Wenn ich nach Hause komme, gehe ich erstmal baden. Ja, komm. Wenn ich nach Hause komme, gehe ich erstmal baden. Hör endlich auf, über Wasser zu reden. Ist es nicht angenehm, wenn der Unterleib von warmem Wasser umspült? Ich höre nicht zu. Ich höre überhaupt nicht zu. Ich nicht. Nur, dass es immer so lange dauert, bis das Wasser eingelaufen ist. Ja. La, 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 la. Meine Wanne fasst Hunderte von Litern. Was passt denn da sein eigentlich so? Dumm, 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 dumm. Einmal ist mir die Wanne sogar übergelaufen. Da stand das ganze Haus unter Wasser. Oh, you see I've been through the desert. Es hat Stunden gedauert, das alles aufzufeudeln. Oh, the horse is no name. Ich kann gar nicht beziffern, wie oft ich den nassen Feudel ausgewrungen habe. It felt good to be. Immer nur Patsch, Flatsch. Out of the rain. Pitscha, Pitscha, Pitscha. Jetzt zahlt endlich die Klappe. Na gut, wir haben noch zwei Dinge. Mein Cousin ist bei der Feuerwehr. Mein Cousin ist bei der Feuerwehr. Endlich auf, über Wasser zu reden. Du kannst dir nicht vorstellen, was da für ein Druck auf diesen Schläuchen ist. Ich kann. Ich kann. Ja, warum kannst du das denn? Diese ungeheuerliche Wassersäule, die sich darin aufstaut. Und die Kraft, die entfesselt wird, wenn schließlich das Ventil geöffnet wird. Willst du, dass ich mir in die Hose mache? Willst du das? Das wäre irgendwie was, ja. Ich will ihn noch heute rufen. Wassermarsch! Wassermarsch! Lass mich in Ruhe. Lass mich doch einfach in Ruhe. Ich will doch einfach in Ruhe. Geh doch einfach aufs Klo. Tut doch keinen weh. Na komm, das letzte Ding noch. Hast du Waterworld mit Kevin Kostner gesehen? Hast du Waterworld mit Kevin Kostner gesehen? Hör endlich auf, über Wasser zu reden. Kannst du dir das vorstellen? Der ganze Planet bedeckt von... Nein! Ja, von Wasser. Wasser. Und Wasser. Und nochmals Wasser. Soweit das Auge reicht. Nade. 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 Wasser. Okay. Ich gebe auf, deiner Blase bin ich nicht gewachsen. Ich gebe auf. Deiner Blase bin ich nicht gewachsen. Noch was? Oh, jetzt aber ganz schön frech wieder. Noch was? Na gut. Dann kommen wir hier offenbar nicht so richtig weiter. Ich lass dich dann mal wieder allein. Dann tu das bitte auch. Aber wir müssen glaube ich aber trotzdem diesen Schlüssel bekommen. Kann man ihn einfach nehmen? Wahrscheinlich nicht. Ne, nimm Wächter nicht. Ich versuch's nochmal. Pfoten weg. Hallo? Darf ich jetzt bitte steuern? Hallo? Das war wohl nix. Ich seh mein Haus nicht mehr. Okay, jetzt seh ich mein Haus wieder. Wunderbar. Gut. Fernseher. Guck mal mal. Ich bin mal gespacet. Guck mal, was man alles benutzen kann. Wir haben einen Mülleimer, eine Tür, den Wasserspender, Pflanze, Wächter, Schlüssel, Kontrollpult, Fernseher und Monitorwand. Geh mal erstmal zur Wasserspender. Fällt mir übrigens ein, ähm, ich hab vorher mal tatsächlich in der Schule in so einer Art Werkwoche oder sowas mit Tonarbeiten dürfen, schräg, schräg müssen. Und Ton muss ja feuchten, damit er, ähm, benutzbar ist. Hier kann ich den Ton nicht anfeuchten. Der Wasserspender ist leer wie Hulgurs Hirn. Okay, ja gut, dann machen wir's vielleicht irgendwie auf dem Klo oder sowas. Ähm, die Tür, nein, ich brauch' ich nicht. Die Mülleimer, das hat man, glaub ich, schon irgendwann die Pflanze. Gucken wir uns die Pflanze nochmal an. Bei der Luftfeuchtigkeit hier drin fühlt sie sich offensichtlich sehr wohl. Und gut, vielleicht das, äh, Kontrollpult. Das sieht kompliziert aus. Ja, äh, oder die komische Monitorwand. Wenn man lange genug auf die Monitore starrt, beginnt man Buchstaben darin zu erkennen. Was habt ihr denn mit eurem komischen Buchstaben, Leute? Was habt ihr denn so richtig geschafft? Ähm, gucken mal, ähm, wie viele, weiß ich, Monitore wir haben oder was für Raum wir es eigentlich sind. Wir haben nochmal eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn Monitore. So, äh, haben wir dreizehn Räume. Ich hab keinen Schuh, aber das da oben sind, wir sind jetzt nicht los, ja, scheinbar. Der, genau, das ist der komische Wäscheraum. Das ist hier mit, äh, äh, mit Drogelbechern und so, mit Adrian. Da sagt mir gerade gar nichts hier. Achso, das ist Treppenhaus. Dafür sagt mir das nichts mehr. Wird aber bestimmt auch irgendwas Sinnvolles sein. Ach, ja, genau, das ist, ähm, dieser Wachraum, oder? Wo wir erstmal durchkommen, um gefasst zu werden. Das ist, äh, das Archiv. Das ist irgendein Flur. Ja, ja, genau, das ist der Flur, wo wir irgendwie hier links vorne rein können zum, äh, Wäschelüftsystem. Das ist unser eigenes schönes Zimmerchen. So, was ist das? Das ist, ja, da ist der Bienenmann. Da ist der Bienenmann drinne. Hier ist irgendwas. Ach, ja, hinter dieser Scheibe ist dieser komische Irre, der uns den Generalplan erzählt hat. Hier ist der Professor drin, wovon wir irgendwas bekommen haben. Und, äh, das ist, was ist das? Äh, ach ja, hier ist die Geburtstagsparty drinne. Und was ist hier? Das ist, was ist das denn bitte? Irgendein Flur? Kein Schummer. Gut, äh, na gut, dann kommen wir uns mal den Fernseher an. Der Fernseher ist aus. Die Frage ist, haben wir jetzt irgendein Zimmer vergessen? Äh, ja, wahrscheinlich haben wir uns ein Zimmer vergessen. Also wie ist es das, wo der, äh, Dr. Ding in die Zimmer reingeht? Ähm, sollen wir vielleicht irgendwas mit diesen, mit diesen Zimmern machen? Was haben denn alle diese Zimmer gemeinsam? Vergleichen wir mal zwei. Wir haben jetzt sowas nicht das Zimmer. Warte, wo kommen wir jetzt gerade hin? Wir kommen jetzt, äh... Bö, 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 bö. Ja, komm, wir müssen jetzt das Wäschelift-System nehmen und das Ding als Vergleich. Das ist doch relativ nah aneinander dran. Oder das Ding und, äh, ja, genau, ach egal. Ich nehme mal zwei Zimmer. Das Wäschelift-System, also das Teil mit dem Wäschelift-System und, äh, was weiß ich weiß, irgendein anderes Zimmer, was nah dran ist im Vergleich. Ähm, da müssen wir aber, glaube ich, nur, weil sie wirklich uns wieder fangen lassen. Ja, tut mir leid. Oh, oh. Hey, ja, 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 ähm, bla. Ich habe immer den Duper-Du-Du-Um-I-K-A-T Ja, mü-i-K-A-T So, bla bla bla. So. Was hat dieses Zimmer denn hier? Das war, glaube ich, auch dabei. Dieses Zimmer... Das habe ich wohl vermasselt. Ja, ja. Ja, haben wir schon mal mal ein Blatt-Blick genommen, müssen wir also nicht mal wirklich... ...mitverfahren, ne? So, ähm, hier. Was ist hier? Ja. Warum nicht so besonders was ist das hier? Hier ist der Bienenmann. Okay. Ja, bin ich spannend. Ich frage mich immer noch, was er alle genug noch haben soll. Was ist hier? Hier ist Party. Oh, Licht an, dann ist keine Party mehr. Licht an, dann ist keine Party mehr. Lieber nicht. Ich will die romantische Stimmung nicht kaputt machen. Warum nicht? Kaputt machen ist immer gut. Ach, halt die Klappe. Okay. Dann kann ich jetzt noch nicht so wirklich sagen, was die alle so gemeinsam haben. Also sind sowohl Leute drin, das sind auch keine Leute drin. Hier war ich schon mal. Jetzt mal, wenn ich hier irgendwie hinklicke, wird Edna ein bisschen kleiner, kann das sein? Also immer, wenn man das erste Mal reinkommt, dann klicke ich ganz gerne mal. Da kommt der nächste Ausgang. Und gucken mal, ob Edna jetzt ein wenig kleiner ist im Moment. Und los geht's. Edna normal groß. Edna etwas kleiner. Interessant. Nochmal klappt es übrigens nicht. Na? Da kommt der nächste Ausgang. Da bin ich eigentlich doof. Ich wollte eigentlich genau da hin. Wo wir gerade waren. In dieser Raum war, glaube ich, nicht mehr die Kamera überwacht. Super. Nochmal. Nochmal kleiner machen. Genau. Kleiner ist besser. Du könntest dir die Haare mal wieder waschen. Das sieht ein bisschen strähig hier aus. Ein bisschen schmierig. Da kommt der nächste Ausgang. Ja, da kommt der. Ne, aber das war der falsche Ausgang. Verdammter Mist. Nochmal kleiner. Da kommt der nächste Ausgang. Da haben die keine Gemeinsamkeit. Äh... Hier haben wir noch was. Stromzählerplakat. Wäschelift, Reinigungssystem, Säcke. Säcke kann man nicht ausmachen. Das Plakat war einfach nicht kleiner Bügel. Das Reinigungsstück hat man auch nicht aufbekommen. Der Stromzähler. Gucken wir uns mal den Stromzähler an. Es wird viel zu viel Strom verbraucht. Als würde jemand ständig das Licht brennen lassen. Äh... Ja. Kannst du benutzen? Es wird viel zu viel Strom... Als würde jemand ständig das Licht... Das Licht... Äh... Ist jetzt besser? Der Stromverbrauch hält sich noch in Grenzen. Hm... 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 Okay... Das soll so ein artig Hinweis sein, dass wir vielleicht mal einen oder anderen Lichtschalter überhaupt mal in dem ganzen Haus betätigen sollen. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Die Frage ist natürlich, woran war ein Lichtschalter? Ach du großer Gott. Da können wir jetzt mal lustig suchen. War hier ein Lichtschalter drin bei Hoti und Mutti? Nein, war es nicht. War hier vorne einer drin bei irgendeinem... Oder hier. Hier war, glaube ich, kein Lichtschalter. Doch, hier ist ein Lichtschalter, tatsächlich. Hallo Prinzessin. Hallo, Irrer. Ähm... Na gut, um noch auf deinen Plan zurückzukommen. Um noch mal auf deinen Plan zurückzukommen. Wie komme ich auf die andere Seite der Gitter? Nein, wo finde ich den Generalschlüssel? Ja, das ist das Wichtige. Wo finde ich denn den Generalschlüssel? Das ist leicht. Der Wächter, den sie Blase nennen, hat ihn. Blase hat heute Monitordienst im Kontrollraum im dritten Stock. Ja, das weiß ich ja schon. Er ist zwar alles andere als aufmerksam, aber was den Schlüssel angeht, so ist er wie ein Schießhund. Vielleicht musst du ihn irgendwo mit beschäftigen. Ja, aber verdammt doch mal, wie kann ich das machen? Na gut, danke schön. Ich glaube... Naja, ich weiß eigentlich nicht wirklich, was zu tun ist. Ich muss weg. Priss die Frage. Ja, komm, hier ist ein Lichtschalter. Machen wir den auch noch an. Klick. Ach, das ist aus. Dann machen wir es wieder an. Okay. So. Haben wir hier vorne noch irgendwas? Ja. Hier machen wir alles hier. Ist hier auch ein Lichtschalter? Hier ist auch ein Lichtschalter. Ach, warte mal. Okay, dann haben wir gleich den Ton befeuchtet. Und wo wir schon hierbei sind. Äh, Ton. Cool. Jetzt habe ich Matsch. Ja. Matsch. Moment. Ja, feuchter Ton. Wunderbar. Ähm. Nur das ist ein Lichtschalter. Oh, das Licht schon an. Das war wirklich schon... Das Spiel ist zum Teil echt dunkel gemacht. Ganz ehrlich. Diese paar Funzeln sollen das Licht darstellen. Okay. Hier haben wir offenbar auch das ganze Licht angeschaltet. Und da kam ich schon her. Hier ist das Licht an. Ähm... Und los geht's. Ja. Achso, kleiner machen. Genau. Entschuldigung. Da kommt der nächste Ausgang. Hier muss ich, glaube ich, keinen Lichtschalter anmachen. Aber hätte ich schon mal diesen Luke da unten betrachtet? Ich glaube, die ist auch unwichtig. Das ist aber nur geht zu unten. Noch mal kleiner. Noch mal zum Wäschelift-System. Da war da auch ein Lichtschalter. Ähm, 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 ähm. Da war aber noch ein Lichtschalter. Da kommt der nächste Ausgang. Aber ich sehe schon, wir sind relativ weit über die Folge hinaus. Also werde ich jetzt mal einen Schnitt machen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn ich weitere Lichtschalter antippiere. Bis dann. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020